Lieber Hannes, 15 Jahre lang haben wir zusammen in diesem Bundeshaus politisiert, du davon acht Jahre im Bundesrat. Du hast dich mit ganz grossem Einsatz für unser Land, aber auch für den Wohlstand, für Arbeitsplätze und für die Öffnung zum Ausland eingesetzt. Ich möchte dir von Herzen dafür danken, für deinen Einsatz, für dein Engagement. Und auch unter schwierigen Umständen, wenn du Kritik einstecken musste, aber du hast dich auch in schwierigen Dossiers wie der Landwirtschaft dafür eingesetzt, damit sie unternehmerischer werden können. Für die Zukunft wünsche ich dir nur das Beste.